gibt es nicht gibt es nicht ich muss anscheinend jeden reiter einzeln suchen anstatt alle gibt es nicht mehr dass früchte wird es auch nicht sein hauptwaffe auch nicht egal doch mal was du nachricht konnte nicht ich habe da keinem beginnt von drinnen das ist generell ein cool dann hier immer mit ruhe blubi natürlich natürlich wer wer schade brain sowieso ist sie auch jetzt schon ich bin nur da hat darauf tut er dem kopf gegen die wand läuft und keine ahnung hatten sie sie macht halt die denkarbeit sehr schon oft genug gesehen okay gibt es nicht hier so so du kannst sie auch hier traditionell bekleiden dass sie gar nichts zeigt 200 euro bist du okay gut ich habe keine ahnung wo ich diesen scheiß daher kriege aber immer mich den zuckerwürfel jetzt fertig habe ich glaube ich abgegeben so viel scheiß wieder im inventar wo ich gar nicht brauche sie ist dies doch lila ist du nicht rothaarig ja rumlaufen sachen kaufen questen alles mögliche habe ich ja beim angel habe ich kriege ich geld ich fische fangen wir müssen wir wieder so ein bisschen sortieren ich habe viel zu viel in der tasche hier ja so eine pizza wird doch ganz cool hier erstmal wieder reiten hier reiten kann sie ja ganz gut die kleine ach so die sind wieder weg dann gehe ich raus ich habe zwei Leute auf der uhr rein gewinnen achso ich ja ich dachte ja das ist echt oje weil ich ja nicht weiß ob die items noch gut sind oder nicht wenn du beim spiel anfängst ganz neu bist und du mit milliarden items zugehauen wirst und du nicht weißt was sinnvoll ist und was nicht das ist sehr schwierig dann aber ich habe doch diesen zuckerwürfel jetzt ich muss doch den erst mal wieder abgeben die quest habe ich nicht abgegeben mit diesem heutiges platon handel das neue herausforderung war es habe ich doch gemacht gerade habe ich den zuckerwürfel behalten dürfen anscheinend schatzjäger statue bringt toya zu lara sucht joll auf bringt veronika zu alugrain dass kein anderer zu jemand hingehen kann hier auch das erz echt alles verkaufen ok schade dass es das auto das ist das verkaufen alles nicht nutzen kann weil er die erste tante kann ich dann zurück kaufen Machen wir das mal so alle verkaufen kauft dann zurück einfach die sachen ich brauche Da habe ich gar nichts ausgewählt ich dachte alle die leuchten sind ausgewählt Danke blumen danke blumen Jaja sicher wenn du die zugangsdaten vom server kriegst du kochst auch ein teamspick dazu logisch Ja und die heiltränke halt Ihr selbst das erz und die fischermarke alles raus Alle ausgeweilten gegenstände verkaufen wie kann ich den auswählen Achso so kann ich sie auswählen okay Dicke adaptieren heute schluss und die tränke ja ich dachte jetzt verkaufe ich einfach alles und kaufst dann einfach zurück dass die sachen die ich brauche aber Man muss alle markieren einzeln oder wie so offen oder was Ja gut Tickets alle kann ich ja trotzdem verkaufen Ja Plus zwei lp generation oder sollte behalten weizen weg Ahrenholz weg Die halskette könnte ich ja mal anlegen oder nicht Kann gesammelt und verkauft oder gegen andere getauscht werden ab 10 eintauschen ein altmetall Ja ja irgendwann dann bestimmt hier Ich habe doch hier das Geht nicht oder was konzerte saft hier eisenerz lasso Verfügbar war es für schon nach fünf so mit dem lasso zähme ich halt was Ja ich hatte die ja mal gesockelt ist das passt schon so kann ich die sachen nicht wegnehmen Und dann verkaufe ich sie hier wieder anscheinend geht es doch nicht F enter Tun wir das mal dahin Schlüssel behalten wir das behalten wir Ach was die steine gegen kaputt die sockelsteine wenn man stirbt manchmal nett Dörlisch verlass ich darauf okay ja 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 Mach mal bestimmt und man tun wir es mal dahin Weizensamen jo von mir aus Felssaft Ist auch so eine art Heiltrank 75 aber bereits auch nicht unbedingt Ja ja komm habe ich ja genug heiltränke Mit dem blöden fisch da Lasso kann ich immer noch holen Zuckerwürfel habe ich hier hergestellt Aber für die quest ich dachte die quest habe ich schon abgegeben Aber für die quest ich dachte die quest habe ich schon abgegeben Schlüssel behalten wir auch von mir aus Da muss ich nur schauen wegen sockeln Honig und Bier Ja komm zugürfe kommen wir immer noch jedes mal neu brau und zwar sicher wie es geht Fertig Wird schon passen hauptsache inventar etwas leerer hier Ja 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 Die hab ich immer einfach genommen und sie missbraucht hier für schweinereien hier Ja 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 Was macht es denn für Schweinereien? Ja, keine Ahnung. Ich habe das doch hier in der Stadt stehen. Das steht doch hier irgendwo. Kann ich euch unterhalten? Bisschen streicheln hier. Bisschen schön streicheln. Vielleicht geht es ihnen dann wieder besser. Reit hier. Ruhen zu F1. Es ruht so oder was? Gegenstand verwenden. Kann ich Gegenstand verwenden und dann Halt rein geben? Nö. Da habe ich auch nichts. Inventar öftern habe ich einen Platz. Was kann ich hier mehr rein tun? Bier. Ich tue dem anderen Bier rein. Ist es bloß ein Slot oder was? Reit hier in Vsf3. Ah, hier. Ein Lebenspunkt noch. Musst du Möhren kaufen? Oh mein Gott, muss ich Möhren kaufen? Wo kriege ich denn Möhren wieder her? Von dem Typen da? Und damit füttern. Okay. War das nicht der Typ vorhin? Hier in dem... Wo ich auch das... Der Typ hier? Oder nee. Ich habe schon mal Möhren gesehen. Das war dann der Pferdetyp, gell? Der verkauft Möhren. 2t. 1t. Und hier in dem Anzeln. 1t. 2t. Du gehst im Stein und packst es und genießt es ein paar Silber Aber ich trotzdem mal vielleicht Ich glaub der Typ da hat Mal Möhren füttern Warum nicht? Das wollen wir mal probieren Seid sehr sicher Vielen Dank Adi Seid sehr sicher Priya und Erzi Ich stelle schon mal alles ein Glückwunsch zum Erfolg in Diablo 3 Schatzi Stolz auf dich Glückwunsch Also 500 Silberlinge kostet ein Ding hier Cool Was ist trular? Untertitelung des ZDF, 2020 So Okay, dann habe ich das eingestellt hier Das ist gerade voll niesen Also Shigo Serverspot 200 Punkte, Gedönse Maximal 2, machen wir nur 3,33 Das passt schon Start nochmal, also Ausrufezeichen, Ticket 1 oder Ticket 2 Wer jetzt ein Shigo Serverspot Sicher kaufen möchte Also 500 Selber für eine Karotte, was würde das heilen Kosten dann? Bestimmt weniger Murfan, Mercedier für deinen Follower Hab Spaß Genießt die Show und lieber Grüße aus München Kann ich die, schicke ich dir direkt nach Hause Einfach so ganz frech Aber ganz frech Mein Freund oder meine Liebe Da kann jeder mitmachen, der genug Punkte hat hier Und aktiv Auf dem Server spielen möchte Bei Ark Auf Shigo Islands Hast du nicht vorhin gesagt Schnauze voll? Ja, Major Pudding Grüßt der Ja klar Wie geht's dir? Dann direkte Grüße nach Berlin Yay So, ich hab 3 Minuten Cooldown Okay Also kann ich mein Pferd erst alle 3 Minuten füttern Das arme Pferd hier Das passt schon Das ist ja jetzt nicht nur auf Ark ausgelegt Das waren einfach witzige Dinger hier Gib dich mit jedem zufrieden, was du hast, Blue Oder was du kriegst 4, wenn, 4 Ich muss 3 Minuten warten Okay Na gut, macht ja nichts Ist ja nicht schlimm Ja gut, das bringt ja eh nichts, Ali Im TS zu sein Wenn du kein Spiel hast, was wir spielen oder so Ich tue da nur immer nur vereinzelte reinholen Die das Spiel spielen, was ich auch spiele Wenn überhaupt Also noch eine Minute für euch hier Also Erz und Priya haben Duellieren sich jetzt dann um einen Shigo Server Spot Bin ja gespannt Bin ja gespannt hier Ja echte, was soll der Scheiß? Klar schau ich mit dir Was ich habe auf der Teknum Schau Also Ja halt mal Was halt bei der Wallenflache Ja Schwade What the fuck Jetzt ich zu mir da hier Ich bin schon so ein Horschi So ich wollte eigentlich ein Haus kaufen Machen wir erst mal Machen wir erst mal das mit dem Server Spot hier Haus kaufen, Küche, Küche Und so weiter Können wir immer noch machen In der Zeit kann ich den ja Könne ich dir nochmal hier angeln lassen Die Uschi So Ich bin mal da Zwei Stück Und dann Wenn wir das machen Können wir das da Volle keine Horschi Auf jeden Fall Machen wir es einmal selbst Einfach so als Gaudi Ne Wird immer nicht verbraucht Cool Ja schade Macht immer geile Erfolge Hier So Jetzt machen wir das Spanneste Was geht im Spiel Ich los gleich aus RC vs. Pria Hier Um ein Shigo Server Spot Aber ich habe vorher vergessen Das ist ja schon voll der Server Das geht ja gar nicht Das geht ja gar nicht Hier So wieder zurücknehmen Schon zu spät Jetzt Stimmt 810 MB Hier Stimmt Shigo sogar Update Nicht schlecht Ist schon voll Erzie Tut mir leid Tut mir leid Das ist jetzt hier Punkte sind weg Und das Das ist schon voll Jetzt beide sich am wundern Voll geil Ich mag Ich mag das Ja weil ich gesagt Was war voll Gib es nicht mehr Ist vorbei Tut mir leid Ich habe nicht drauf geachtet Schigo voll Was hier Ich bin ein Mensch Mach Fehler Und Gags macht ja noch mehr Fehler So Na dann Auf gehts Komm Komm ich wollte jetzt einmal angeln Hier Komm bevor wir das machen Lass mich doch Beiß doch einmal an Die ist schon so besoffen Also wird Die will dann Nennen wir einen Fisch Will die haben Jetzt geht's Jetzt geht's Ich habe jetzt das Treff hier Und die Zeit So was Ja Ich habe gestern einmal getroffen Ganz am Rand Und dann musste ich gar nicht mehr Das zweite Minispiel machen Das perfekt war es gestern Also So bitteschön Also viel Glück hier RC Und Pria Viel Glück und Daumendrück In 3 In 2 In 1 Und 2 Hier RC Herzlichen Glückwunsch Du bist schlimmer Das ist in der turn Bei DSDS Achso Und ich schaue immer so oft DSDS Ich weiß genau wie es da geht Was da geht hier Da geht es bestimmt darum Ein Foto zu kriegen Und nicht um ein Recall Da Schauen Schon wieder Wurde Pria besiegt Hier RC Möchtest du denn Auf dem Shigo Island Server spielen Oder Hast du nur so als Troll Gewürfelt Um Pria zu ärgern Was Gold in XP Umwandeln Ohne Scheiß Du meine Güte Achso Also Goblin Portal Oder was Okay Wow Gehört er wohl Mit mir Mit mir in den Arm Nicht im Ernst Ja Ja klar will ich Auch spielen Aber würde er lieber Ja das geht ja nicht Das geht ja nicht Der Gewinner darf spielen Das geht ja nicht Aber schau Pria hat eine Möglichkeit gefunden Wie sie jetzt mehr Punkte kriegt Zwischen doch mal Ja Wieder verloren Ja Mhm Das steht ja nicht so da Gleich Dw Alles klar Dann schick mir Dein Steam Profil Link Per Twitch PM Und dann Wenn alles in Ordnung ist Und dass du du bist Und noch Keine Verstöße Irgendwelche Sachen Gemacht hast Bei Steam Dann schicke ich dir Die Zugangsdaten Hättest du schon fast dir ein Instant Ticket holen können Ach du scheiße Mit Mitgefühl Was denn das Achso ich hätte wieder Ausholen können Moment Ich bin jetzt Bin ich ja da Ich brauche unbedingt Ne 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 Power Angel Hier Ja Besser als gar nicht Hier Adi Ja Ja bitte So Gucken wir mal Erstmal warten Was er mal schickt Machen wir das nun fertig Ich hier So Ob ich deinen Platz Wegeben Du hast Irgendwelchen Platz In meinem Herzen Schatz Ich müsste doch Nicht an Priya Wegeben Doch Du bist Der fester Bestandteil Du hast Der Server Mit gestartet Ein spruch Zum angeln Was Ist mir scheiße Egal Wer dein Vater ist Solange ich hier Angele Läuft hier keiner Übers Wasser Ja Richtig so Das beißen die Fische Nicht Ist klar Oder lass dir mal Checken hier Ob du Schweinereien Gemacht hast Hier Erzie Okay Oh shit Ein Fisch Moment Fisch Ich muss hier D W W W Das mal kurz Eintragen Also so viele Schweine Hast du noch gar nicht Gemacht Hier Habe ich gesehen Sieht ganz gut aus Mal kurz schauen Auf den link Drauf klicken Okay Wie heißt du da Hier R7 985 Okay Heute ist der Ja Mach mal der erste Erster Dritter 2016 Okay Gut Bist Bist eingetragen Du bist eingetragen Erzie Lass mich den richtigen Server raussuchen Ja Hier ist der Passt So Schicke ich dir Wie heißt das Schicke Server Daten Erzie Ja Hast bekommen Herzlichen Glückwunsch Und willkommen Auf unserem Server Ich freue mich dich Dann online zu sehen Hier Fischgrund Nicht genug Okay Nein Darf man nicht Jeder muss für sich Selbst Gut das ist zu viel zum lesen Und drücken wir an Jeder muss für sich selbst Würfeln Und erspielen Steht hier Alles in den Regeln Anderen Auch nicht für den anderen Nicht verschenken Nicht zweimal Nicht dreimal Sondern Jeder ist für sich selbst Verantwortlich Ja Schau mal Aber Guck mal hier 84 Du hast doch die 2 Und erst am Sonntag Voll gemacht Hast du ja ruckzuck Wieder drin Zurückzuck Wieder drin Hier Du jetzt ein Rennen Gewinnst Dann hast du 144 Falls du das Rennen Gewinnst Auto 7 Okay Okay Ja, ist doch gut. Schaut sich aus, kennst das kein Problem hier. Ich bin heute noch gar nicht gekommen. Ich wollte auch ein Taus bauen, ich wollte eine Küche einrichten, wollte dies machen, wollte jenes machen. Aber so ist das manchmal. So ist das manchmal, meine Freunde. Dieses Quiz gab es nur für Shigo. Erzi. Und Priya wird ja die Regen erklärt haben. Vielleicht kann er dich fragen, wo darf am Anfang erstmal nur gebaut werden? Perfekt, Joan. Toll. Und kriegt so einen blöden Stiefel. Perfekt. Aber ich brauche einen Stiefel, ja eh. Ist das gewonnen? Ich glaube, vier oder acht. Ich weiß, ich sehe das gar nicht optisch. Ich glaube, acht hat gewonnen. Ach, müsste, müsste, müsste gewonnen haben hier. Ja, acht hat gewonnen. Ja genau, erstmal die Buchen voll machen. Alles gut. Ja, deine goldene Regel ist, allen den Vortritt lassen bei dem, wenn man ein Duell hier hat, ne? Ist deine goldene Regel hier. Allen den anderen den Vortritt lassen. Ja genau. Das war's für heute. So, man hört's vielleicht, ich bin schon sehr müde geworden hier, also nach der Arbeit direkt hier und nicht viel geschlafen, also ich würde sagen, wir machen ja eine kleine Pause, ich hau mich kurz hin und dann geht's morgen weiter, später. Das wäre für mich jetzt ein, was jetzt hier, ich wollte eigentlich, überlegt, so bis 10 oder 12 durchmachen, aber das ist halt krass, das ist halt böse nach der Arbeit direkt. Deswegen dachte ich mir, lege ich mich jetzt ein bisschen hin und dann machen wir einfach dann später weiter. Ich muss ja, ich muss ja eh wieder arbeiten morgen. Um da jetzt aus der Arbeit nach Hause zu kommen, bis zur Arbeit wieder weitermachen, also durchmachen wäre schwierig, weiß nicht. D-W-D. Achso, ich habe S gedrückt, na gut, ich kann die Zahlen mehr lesen hier. Irgendwann brauchst du sie. Irgendwann brauchst du sie hier, Blue. Irgendwann brauchst du sie hier. Jetzt dann aufladen lassen, weil ich lasse dann doch weiter angeln. Wann vergebe ich noch an die Leute, die jetzt noch da sind, noch ein paar Gags, ich sage, Dankeschön fürs Zuschauen und fürs Mitmachen. Genau. Jo, danke für die Unterhaltung im Chat, danke fürs Mitmachen. Und ja, wenn er schon etwas müde hat, mir vielleicht auch gehört. Aber jetzt sind wir müder geworden, Augen, Augen brennen schon. Und dann so ein paar Minuten hinlegen, dann geht es einfach morgen. Ich muss schauen, Copy. Also erstmal hinlegen, schlafen versuchen und dann, ja, wenn alles gut geht, dann vor der Arbeit halt. Also Arbeiten, Stream muss ich beenden um 16 Uhr zum Arbeiten. Ja. Also um 16 Uhr muss ich dann Stream beenden, um zu arbeiten und dann muss ich jetzt schauen. Kann ich jetzt nicht genau sagen. Also wenn ich jetzt nicht gestreamt hätte, würde ich es wissen, ungefähr so neun herum. So um 8 Uhr, neun Uhr immer. Aber jetzt muss ich immer schauen. Jo, sehr gerne, sehr gerne. Danke für die Unterhaltung hier. Und ja, ich schreibe es ja rein in Facebook und Twitter, wann ich streamen, mindestens eine Stunde vorher, meistens. Wenn ich es weiß. Ein bisschen aufs Ohr hauen, nicht zu stark, damit es nicht brennt. Und dann, ja, sehen wir uns halt dann morgen früh, morgen Vormittag, wenn es uns klappt. Ja, der Bot hast eh alle. Aber am meisten hast du ja bestimmt mich. Weil ich kriege so viele Punkte und brauche sie nicht. Und das ist ja noch fieser. Dann schlaft mal schön und räumt süß, falls ihr auch ins Bett geht. Und dann hören, lesen und sehen wir uns einfach später. Am 1.3.2016. Das ist ja heute. Also. Ups, Moment. Ich muss angeln. Gleich. Ich muss angeln hier. Ich habe hier 20 Punkte vergeben hier für das. Und es hat geklappt. Äh, DW. 20 Energie habe ich vergeben fürs Angeln. Was habe ich bekommen? So einen komischen Fisch. Was denn das? Rosiger Bitterling. What the fuck soll ich mit dem Mist? So. So. Also nochmal. Danke an alle, die jetzt da waren in der Nacht durchgehalten haben. Und. Servus. Viert euch und macht's gut. Gags over and out. See you later. Alligator. Bye bye. Gags mit Schadi im Ohr over and out. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020